Heute schauen wir uns die Rallye an der Börse Japan an und wie die begründet wird. Wir schauen uns die amerikanische Mondlandung an und die Aktie, die davon profitiert hat. Dazu passend gibt es einen kurzen Blick in die Börsenastrologie und wir schauen natürlich auch auf die dramatische Entwicklung bei der Werteunion, das Zerwürfnis zwischen Maaßen, Krall und Otte. Willkommen bei der Wochenschau. In Deutschland ist wieder Gründerzeit, jetzt nicht in der Wirtschaft oder bei den Unternehmen, aber dafür in der Politik. Jede Woche gefühlt eine neue Partei. Sarah Wagenknecht natürlich, dann die Dawa, genannt die Erdogan-Partei und sogar die Frau mit dem schwer aussprechbaren Namen aus MyLab, einer Wissenschaftsshow. Da sah es auch erst so aus, als würde die eine Partei gründen. Dann hat sie das aber wieder zurückgezogen und hat gesagt, das war jetzt nur eine Aktion, unter anderem ein Protest auch gegen oberflächliche Berichterstattung, worüber die Presse dann auch gleich oberflächlich berichtet hat. Und ich schließe mich dem hier jetzt auch an. Aber jetzt eben auch die Werteunion. Werteunion, sensationell. Hans-Georg Maaßen und im Gespann mit ihm Markus Krall und Max Otte. Deutschland hat jetzt natürlich ganz schnell ein linkes Gegengewicht gebraucht zu Sarah Wagenknecht, aber Scherz beiseite. Aus Börsianer-Sicht, Krall und Otte, das wäre natürlich schon was gewesen. Das ist was ganz anderes als die ganzen anderen Nasen. Weil das sind unsere Leute, die verstehen wir und die verstehen uns. Oder wann haben Sie, Sarah Wagenknecht, zum letzten Mal gehört, wie sie geredet hat über versteckte Risiken in Firmenbilanzen? Und was war das letzte Goldkursziel von Alexander Gauland? Da haben wir es doch. Und neue Parteien haben es ja sowieso immer ein bisschen schwer. Bei Sarah Wagenknecht, da wartet eigentlich ja schon jeder drauf, dass Oskar Lafontaine wieder austritt. Weil das macht er eigentlich immer bei jeder Partei. Ist bis jetzt aber noch nicht passiert. Aber dafür eben bei der Werteunion. Kaum ist die Partei gegründet worden, da haben Markus Krall und Max Otte sie schon wieder verlassen. Beziehungsweise rein technisch waren sie gar nie drin. Und warum Google hier zu der Meldung ein Bild von Gerhard Baum mit dazu steckt, das weiß auch keiner. Aber sehr wahrscheinlich ist es aus so einer Google-Zeitschleife. Und das ist eigentlich Hans-Georg Maaßen in 20 Jahren. Google ist da sehr wahrscheinlich schon viel weiter, als wir alle glauben. Jedenfalls, das Ganze war natürlich für alle, die das verfolgt haben, ein Schock. Und viele glauben jetzt auch, dass die Werteunion auseinanderbricht, noch bevor das Ganze eigentlich so richtig angefangen hat. Das hier, das war letzte Woche die Gründung auf einem Schiff, auf einem Rhein. Und Krall und Otte, die waren da schon nicht dabei. Und viele fragen sich auch, ob das jetzt nicht doch der falsche Dampfer war. Was war das Problem bei dem Ganzen? Rivalität persönliche oder inhaltliche Fragen? So ganz genau weiß man es natürlich nicht. Hans-Georg Maaßen, der hat in einem Interview mit Roland Tichy durchblicken lassen, dass speziell Markus Krall, dass der eben populistisch sei für ihn. Also wenn jemand fordern würde, dass alle Migranten, die unter Merkel gekommen sind, dass die alle wieder abgeschoben werden sollen. Oder wenn jemand will, dass die Finanzämter alle abgeschafft wird oder dass es nur noch vier Ministerien geben soll in Deutschland. Das sei eben nicht mehr seriös. Und Markus Krall, der sagt auf der anderen Seite, wie kann es denn sein, dass Hans-Georg Maaßen für künftige Koalitionsverhandlungen die CDU, CSU als Premiumpartner bezeichnet, wo es ja die Partei ist, die ihn selber rausgeschmissen hat. Das sei doch Sex mit der Ex, wo sich ja auch die Frage stellt, warum hat man sich denn dann überhaupt abgespalten von der Union? Der Verein Werteunion, der war ja Teil der Union und der hat Hans-Georg Maaßen dann ja mehr oder weniger das Mandat erteilt für die Gründung der neuen Partei. Nur in die Partei, da dürfen die Mitglieder von dem Verein jetzt anscheinend gar nicht so einfach so rein, sondern erst nach einer 15-monatigen Probezeit. Und das wirft ihm Markus Krall auch schwer vor, dass das jetzt sozusagen einfach übernommen worden ist von ein paar alten CDU-Seilschaften. Und jetzt, wo das so Wellen schlägt, da müssten eigentlich Max Otte und Markus Krall das Momentum nutzen und selber nochmal eine neue Partei gründen, so das Bündnis Kralotte oder sowas. Aber auch so sagt einem das Ganze schon einiges, was da passiert. Nämlich erstens, rechts von der Mitte wird es langsam ziemlich eng in Deutschland, ein ziemliches Gedränge. Und zweitens, die etablierten Parteien, die sind in der Krise völlig klar und die Linke ist auch in der Krise. Aber für mich stellt sich schon auch die Frage, was ist heute eigentlich konservativ? Also muss man, wenn man konservativ ist, jetzt zum Beispiel auch rechts sein? Oder wenn man marktliberal ist oder libertär, ist man dann automatisch auch konservativ oder rechts? Und für viele ist es natürlich die gleiche Soße, ist schon klar. Aber schauen Sie sich nur mal die Republikaner an in den USA. Ein Republikaner vor 20, 30 Jahren und ein Republikaner heutzutage, die haben rein gar nichts miteinander gemeinsam mehr. Und es stimmt schon auch, wenn man sagt, Ronald Reagan würde sich im Grabe umdrehen, wenn er Donald Trump heute sehen würde. Und auf der anderen Seite, Donald Trump ist jetzt aber jemand, der würde auch nicht so wirklich viel anfangen können mit Libertären. Zum Beispiel wie jetzt Markus Krall oder auch mit Javier Milley, über den ich vor zwei Wochen hier ein Video gemacht habe. Der neue, libertäre, argentinische Präsident, obwohl ja alle über ihn geschrieben haben, das ist der argentinische Trump. Es ist also schon ziemlich verrückt. Und Hans-Georg Basen, der hat sich ja geweigert, dass er politisch eingeordnet wird zwischen der CDU und der AfD, weil die beide einen starken Staat haben wollen würden, den er aber nicht haben will. Und Markus Krall, der wäre da ja sogar noch vieler Radikaler in der Frage, der hat sich ja schon ausgesprochen für eine Staatsquote von 10 Prozent. Also so hoch wie in Haiti oder in Äthiopien im Moment. Da muss der Staat seine Kernaufgaben schon ziemlich gut im Griff haben, damit es klappt. Meiner Meinung nach ist eben auch der Konservatismus was, das gerade ein bisschen absäuft bei uns in Hysterie und in Geschrei. Aber sind wir mal gespannt, wie sich das sortiert die nächsten Jahre. Und Markus Krall ist ja sowieso verrückt. Das sagt zumindest der Astrologe von Heinrich, dem 13. Prinz Reus. Ich weiß nicht, ob an der Geschichte irgendwas war, das dran ist. Aber dass das mit der Werteunion, dass das definitiv nichts wird, das hätte hier, hier auf YouTube gleich jeder sehen können auf dem Kanal Astroanalyse. Eine Partei mit so einem Aszendenten, das sehen Sie hier ja, da ist sowieso schon alles klar. Politik ist einfach pures Gift. Bleiben wir lieber bei der Astrologie. Okay, in China war Neujahr. Wir sind da jetzt wieder im Jahresdrachen. Und was gibt es immer am Jahresanfang da? Ganz genau. Neue Börsenhoroskope. Da rücken dann die Feng Shui-Meister an bei den Großbanken. Und das bekannteste in der Richtung, das ist ja jedes Jahr der Feng Shui-Index von der Investmentbank CLSA. Hey, schlägt man mit sowas den Markt? Natürlich schlägt man mit sowas den Markt. Sonst würde ja die chinesische Börsenaufsicht nicht die Banken immer wieder verwarnen, dass sie auf gar keinen Fall Feng Shui-Analysen veröffentlichen dürfen. Und ich habe zum Beispiel eine Vorliegen von Maybank aus Kuala Lumpur. Aber da heißt es für dieses Jahr, kombiniert mit den fünf Elementen sind wir dieses Jahr im Holzdrachen. Das heißt, die Sektoren Erde, Metall und Feuer, das sind Outperformer. Und für alles mit Bezug auf Wasser, da kann es aber schwierig werden an der Börse. Und so wie jede richtige Wissenschaft ist das Ganze aber natürlich ziemlich kompliziert, weil gleichzeitig startet mit dem Drachen jetzt auch ein neuer 20-jähriger Zyklus. Da ist dann das Feuerelement dominant und das wird beherrscht von Technologie, künstlicher Intelligenz, Energie, Medizin und Reisen. Aber Vorsicht, im ersten Halbjahr wird es für die Sektoren nochmal schwierig und auch für den Gesamtmarkt. Und erst im zweiten Halbjahr geht es dann wieder los. Und hier haben wir auch den berühmten CLSA Feng Shui-Index. Die sind da insgesamt ein bisschen optimistischer. Wir haben jetzt zwar gleich nochmal eine Korrektur, aber Ende März, Anfang April, da soll dann das Tief endgültig erreicht sein. Und im Rest vom Jahr, da wird es dann deutlich hochgehen wieder und nur noch mit kleinen Korrekturen zwischendrin. Zu wünschen wäre es ihm ja mal, dem chinesischen Aktienmarkt. Wir haben es schon oft hier davon gehabt. Hier nochmal der Hang Seng China Enterprises Index. Die letzten fünf Jahre, seit Anfang 2021 hat er sich mehr als halbiert. Er liegt jetzt also am Boden und das Sentiment für China-Aktien ist unglaublich schlecht. Auch wenn wir jetzt die letzten Wochen wieder einen ganz kleinen Erholungsversuch gehabt haben. Ich komme nochmal darauf zurück. Aber es gibt einen anderen asiatischen Markt, der dreht gerade voll auf wieder und das ist Japan. Das hier ist jetzt mal ein richtig langer Chart. Der Nikkei 225 seit 1988. Japan hat ja bis in die 80er Jahre rein einen riesen Boom gehabt. Aber 1989 hat es dann eben auch einen riesen Crash gegeben. Und bei The Dip wäre damals keine gute Strategie gewesen. Er ist nämlich 20 Jahre lang gefallen von 39.000 Punkten auf nur noch 7.000 Punkte. Und die Wirtschaft, die in Japan, die hat sich ja eigentlich bis heute nicht davon erholt. Aber die letzten Jahre, da ist er eben doch mit den anderen Märkten zusammen wieder hochgelaufen. Und seit Ende 2022, da hat er sogar nochmal einen richtigen Satz nach oben gemacht. Von 26.000 Punkte auf 40.000 Punkte. Und damit, trara, damit hat er jetzt auch sein altes Hoch wieder übertroffen. Wer 1989 gekauft hat, der ist jetzt wieder im Plus. Tolle Rally. Was hat Japan zurzeit, was China nicht hat? Manche sagen, die japanischen Riesenkonzerne, die waren ja immer gut. Aber sie waren einfach auch ziemlich unbeweglich. Und das hat sich aber geändert vor ein paar Jahren. Und das stimmt auch. Auch viele japanische Großunternehmen, die haben jetzt harte Umstrukturierungen gehabt. Und jetzt geht es bei denen aber wieder aufwärts. Dann der nächste Punkt. Japan profitiert vom Konflikt USA-China. Und dass in China keiner mehr großartig investieren will. Dass er faktisch jetzt davon profitiert, das glaube ich nicht so. Der Konflikt ist für Japan schon auch ganz schön unangenehm. Und was sie mit den einen, mit den USA jetzt vielleicht gewinnen, das können sie auf der anderen Seite mit China auch wieder verlieren. Und dass der Markt jetzt von den Umschichtungen profitiert hat, das glaube ich schon auch. Aber das ist natürlich auf Dauer jetzt kein richtiges Argument für eine Rallye. Und dann noch ein ganz wichtiger Punkt, der immer wieder betont hat, wird, weil es Japan so schlecht geht gerade wirtschaftlich, darum liegt ja der Leitzins immer noch bei minus 0,1 Prozent. Und darum ist natürlich auch der japanische Yen schwach. Und das heißt es jetzt, das unterstützt aber die japanischen Exporte bestechend. Kein Wunder, dass die Aktien durch die Decke gehen. Aber was ist da mit China? Da geht es der Wirtschaft ja jetzt auch nicht so wahnsinnig gut. Und da gehen die Zinsen auch runter. Hier der Zins auf einjährige Ausleihungen da, der ist auch nur noch bei 2,5 Prozent. Und darum fällt natürlich auch der chinesische Yen zum Dollar und das auch nicht zu knapp. Aber die chinesischen Unternehmen, die profitieren davon anscheinend nicht. Wahrscheinlich liegt es ja am chinesischen Wachstum. Das ist bestimmt ganz schlecht. Und das war nämlich auch im vierten Quartal nur noch bei 5,2 Prozent und hat damit auch schwer enttäuscht. Aber hoppla, die japanische Wirtschaft, die ist um 0,4 Prozent geschrumpft. Und gleichzeitig geht in Japan jetzt aber die Inflation hoch. Im Januar war sie schon bei 2,0 Prozent, sodass sich die japanische Notenbank den Negativzins jetzt wahrscheinlich auch nicht mal lang leisten kann. Und dass das Ganze dann kippen könnte. Dann kann es ja eigentlich nur noch an den Bewertungen liegen. Aber wie man sich denken kann, daran liegt es auch nicht. Weil nämlich der Nikkei, der ist bewertet mit dem Durchschnittskalge V inzwischen schon von 22. Aber beim Hang Seng China Enterprises Index, da liegt er nur noch bei 8 oder sogar leicht unter 8. Wir haben also zwei Nachbarbörsen, die sich komplett unterschiedlich entwickeln gerade. Und das wäre ja jetzt noch nicht mal abwegig. Aber das Absurde im Moment, das ist, dass die gleichen Argumente, mit denen bei dem einen Aktienmarkt die große Rallye begründet wird, die scheint für den anderen Aktienmarkt überhaupt keine große Rolle zu spielen, diese Argumente. Und das ist langsam schon ein bisschen komisch. Haben wir da einen großen politischen Risikoabschlag? Klar, den gibt es natürlich. Der wird vorgenommen, der wird zumindest von den internationalen Anlegern vorgenommen. Wobei von denen der Großteil wahrscheinlich jetzt inzwischen auch schon lang weg ist. Und wir haben es hier ja schon tausendmal behandelt, das ganze Thema. Ich muss jetzt den ganzen Sermon jetzt nicht nochmal durchkauen mit China. China ist natürlich für jeden westlichen Anleger ein relativ spekulativer Markt im Moment. Es ist jetzt nichts, wo man gleich Haus und Hof drauf verwetten muss. Aber wenn man sich da ein gewisses Risiko leisten kann und leisten will, da glaube ich schon, dass China und die Bewertungen da auch gerade eine Chance sein können. Es ist ein sehr großer Markt mit vielen, vielen sehr guten Unternehmen. Und ich habe schon öfter gesagt, gerade in der zweiten oder in der dritten Reihe, da sind die Bewertungen jetzt zum Teil eben auch unglaublich niedrig. Und dazu kriegen Sie von mir morgen eine neue Hauspost mit vier unbekannten China-Aktien, die nicht schlecht dastehen im Moment und die aber auch sehr attraktiv bewertet sind und wo wir auch sehr hohe Dividendenrenditen haben. In einem Fall ist die Dividendenrendite gerade bei über 12 Prozent. Und die Hauspost von mir, die ist gratis. Wenn Sie sich jetzt noch schnell dafür eintragen, dann können Sie diesen Report dann morgen eben auch lesen. Auf www.heinrichs-hauspost.de Vier relativ unbekannte und unterbewertete Aktien aus China. Und es ist ja jetzt noch nicht so lange her, da war hier ja bei uns auch eine absolute China-Begeisterung noch bei den Anlegern. Und da war Politik und das alles ja auch komplett egal. Und speziell bei Alibaba und solchen Aktien, da gab es ja auch immer Kommentare hier mit Herzchen und Raketen. To the moon war vielleicht jetzt auch nicht immer ernst gemeint, aber es war jedenfalls sehr lustig. Man war damals mit Sicherheit zu euphorisch für China, aber inzwischen ist man wahrscheinlich doch zu pessimistisch. To the moon, jetzt haben wir es ja wirklich wieder geschafft. Die erste US-Mondlandung seit 52 Jahren, zumindest unbemannt jetzt wenigstens wieder. Die Sonde Odysseus, hier haben wir sie, benannt nach einem griechischen Helden, der jahrzehntelang desolat über die Meere geirrt ist. Sie ist hochgeflogen worden von SpaceX von Elon Musk. Letzte Woche ist sie dann aufgesetzt auf den Mond und hat sensationelle Bilder geschossen, so wie das hier. Das macht ihnen heute zwar jede KI für Umme, aber egal was soll's. Und Odysseus ist eben nicht von der NASA gebaut worden, sondern das hat ein privates Unternehmen entwickelt, das börsennotiert ist. Intuitive Machines. Und das war natürlich jetzt auch ein Riesenspaß. Hier der 6-Monats-Chart. Seit Mitte Januar haben sie sich in der Spitze vervierfacht. Die Aktie ist schneller hochgeschossen als die Sonde selber. Und als dann aber die Sonde auf den Mond kurz gekippt ist, da ist auch die Aktie wieder eingebrochen. Und dann hat die Sonde aber doch gesendet und dann ist auch die Aktie wieder gestiegen. Und jetzt geht ja auf dem Mond aber der Saft aus und jetzt bricht die Aktie eben auch wieder komplett ein. Der Börsenwert ist immer noch bei fast 600 Millionen Dollar, aber sie haben auch schon einen NASA-Auftrag für 719 Millionen Dollar. Sie verbrennen aber auch ungefähr so 20 Millionen Dollar pro Quartal. Also für alle, denen China-Aktien viel zu lasch sind, da haben wir jetzt endlich mal eine wirklich spannende Aktie. Am besten warten, bis sie wieder vergessen worden ist und in ein paar Monaten dann kaufen, weil irgendwann kommt dann ja vielleicht auch der nächste Mondflug dann wieder. Aber es muss auch nicht immer Hochtechnologie sein oder KI. Hier ist die Aktie von Viking Therapeutics. Im Oktober war sie noch bei 9 Dollar. Jetzt ist sie bei 93 Dollar. Und da geht es endlich mal nicht um irgendwelches digitale Zeug, sondern es geht dann noch um so ein richtig analoges Problem. Nämlich, dass wir inzwischen alle zu fett sind. Neues Medikament von denen gegen Fettleibigkeit, das hat jetzt gute klinische Studiendaten gehabt. Und das ist eigentlich ja auch der eigentliche Trend unserer Zeit. Der hat ja auch Novo Nordisk zum Beispiel zum wertvollsten Unternehmen gemacht inzwischen in ganz Europa mit ihrer Abnehmenspritze. Also vergessen Sie künstliche Intelligenz. In Wahrheit geht es nur um Fett. Und ich werde das in der nächsten Wochenschau hier auch nochmal behandeln und darauf eingehen. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder dabei. Idealerweise als neuer Kanalabonnent. Zum Abo geht es hier unten. Aber vergessen Sie auch nicht, dass Sie jetzt vorher eben noch sich die neue Gratis-Hauspost holen mit den vier wenig bekannten China-Aktien. Niedrige Bewertung und hohe Dividenden. Da gibt es eben noch Value, da gibt es noch Substanz, da gibt es noch wahre Werte. Im Grunde die einzig wahre Werteunion auf www.heinrichs-hauspost.de Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.